Scham ist etwas Typisches bei Angst. Man möchte dich vielleicht nicht verletzlich zeigen gegen es aussen und jemandem eingestehen, dass du unter Ängsten leidest. Das führt oft dazu, dass man gegen es innen leidet, für sich selbst leidet. Ich möchte dich aber ermutigen, dass du dir vielleicht jemandem auch vertraust. Vielleicht kennst du ja jemanden, dem du von deinen Ängste erzählen kannst und vielleicht entlastet dich es schon mal, wenn du mit jemandem reden kannst über das. Vielleicht erfährst du noch, dass sich jemand auch schon mal so gefühlt hat, dass das vielleicht jemand auch kennt und dann fühlst du dich vielleicht nur so allein. Und vielleicht hilft es dir auch einen weiteren Schritt zu wagen und professionelle Hilfeansprüche zu nehmen, indem du dich zum Beispiel dem Hausarzt auch vertraust.